Robert Habeck könnte schon bald Vizekanzler werden. Aber wie tickt der grünen Politiker eigentlich privat? Wem gehört sein Herz? In diesem Auszug seiner Biografie erfahrt ihr es. Autorin Susanne Gaschke schreibt in ihrem Buch Habeck, eine politische Biografie über ein Treffen mit Robert Habecks Ehefrau Andrea Paluch, 51. Wir sprechen über das Älterwerden. Als sie beschlossen habe, ihre ursprünglich braunen Haare nicht mehr zu färben, habe sie durchaus eine Art Generationensprung gemacht, sagt Paluch. Seitdem gehöre sie, die 50-Jährige, optisch eindeutig in die Kategorie Ältere Frau. Aber wenn jemand in der Lage ist, ohne Attraktivität sein Bussen mit grauen Haaren durchzukommen, ist es vermutlich Paluch. Das liegt an ihrem Intellekt, an ihren blitzenden Augen und an ihrem Humor. Natürlich sagt sie im Gespräch doch ein paar kluge Dinge über Habeck, die aber verabredungsgemäß nicht zitiert werden sollen. Vielleicht kann man es so ausdrücken, Paluch spricht liebevoll, lustig und realistisch über ihren Mann. Sie wirkt wie eine Frau, die keinerlei Zweifel an ihrer Beziehung hat. Dass sie über die Qualität dieser Beziehung, die Kinder aus dem Haus, sie überwiegend in Flensburg, er mit allen Versuchungen eines Parteichefs in Babylon Berlin, doch gelegentlich spekuliert wird, ist allerdings zum Teil auch ihre eigene Schuld. In ihrem ersten Solo-Roman zwischen den Jahren beschreibt Paluch ein Eifersuchtsdrama, das fast eine Beziehung zerstört, die der Ehe von Habeck Paluch erstaunlich ähnelt. Nun ist es eine literaturwissenschaftliche Bensenweisheit, dass eine Autorin nicht identisch mit ihren Figuren ist. Aber Paluch und ihr Mann haben sich für zahlreiche gemeinsame Bücher immer wieder großzügig in der eigenen Biografie bedient. Es ist also keine absolut aus der Luft gegriffene Vermutung, dass Eifersucht zwischen ihnen irgendwann ein Thema gewesen sein könnte. Gleichzeitig scheint Paluch so sehr in sich zu ruhen und amüsiert sich dermaßen darüber, wer Habeck als mögliche Affäre angedichtet wird, dass man nur feststellen kann, diese Frau hat keine Angst. Möglicherweise liegt das daran, dass sie eine fundamentale Wahrheit über Männer wie Habeck verstanden hat, solchen Typen darf man auf keinen Fall hinterherlaufen. Man darf nicht für sie schwärmen und sie nicht verehren, dass sie großartig sind, glauben sie ja selbst. Und für Leute, die sie bewundernd von unten anhimmeln, haben sie letztlich nur Verachtung oder Mitleid übrig. Ich bin extractivisch. Untertitelung des ZDF, 2020